Ich glaube, mit Gelassenheit geht vieles schneller, effizienter, als wenn man in so einer Effizienzlogik anfängt zu denken. Also in dieser Atmosphäre habe ich das Gefühl, waren manche Ideen in kurzer Zeit viel produktiver und machbarer gedacht und am Ende auch gemacht, als wenn man da jetzt zwei Tage intensiv daran gearbeitet hätte ohne dieses ganze Tromorum. Also auch ganz inspirierend, weil es ist ja wie aus dem Bilderbuch und da sprießen die Gedanken. Also es gibt einfach diese Umgebung, also ich weiß gar nicht, es wird unmittelbar auch in den Workshops, wo man ist. Wir sind ja an dem See und das Wetter ist Bombe, es hat auch Urlaubsfeeling und man ist mit so vielen neuen Leuten, die teilweise sehr anders sind als man selber, zusammen und habe die Gelegenheit zu viel Austausch. Die Leute drauf sind, das ist einfach, das schreckt an. Es gibt eine Idee und wir können das machen und wir machen das wie folgt und dann dieses Zusammenkommen. Die wollen was machen, die verkriechen sich nicht zu Hause irgendwie vor irgendwelchen Büchern. Nein, die gehen raus und tragen was dazu bei. Und wenn man einfach andere Leute sieht, die auch in anderen Projekten sitzen und da vollmutigend hinterstehen, das motiviert einen von selber auch. Und auch wenn es teilweise total andere Bereiche sind, in denen die Teilnehmer hier tätig sind, man hat trotzdem diese eine Gemeinsamkeit, dass man was verbessern möchte, dass man eben der Gesellschaft etwas zurückgeben möchte. Und ja, auch zu sehen, dass es eben diese Menschen auch gibt, dass man wirklich nicht alleine ist in der Situation und das motiviert dem Menschen. Geschmack. Geschmack. Du bist nur noch ein bisschen. Gerät. Wer hat es eben auch, dass man repairs, hat es eben nicht. Ich weiß, was habe auch hier auch viele St. Dinge. Ich weiß nicht. Um ein bisschen verbleiben kann sich. Ich weiß nicht.